Servus und willkommen zu einer neuen Folge zu PlayStation News und mehr. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Und ich habe gestern ja bereits, ja, mein Video hochgeladen für die Headsets im Vergleich. Wenn ihr da noch Fragen, Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Und ansonsten würde ich sagen, wir legen auch direkt los und schauen mal, was ist letzte Woche alles passiert und was erwartet uns jetzt in dieser Woche. Vielleicht eine lustige Anekdote als erstes. Und zwar im Netz habe ich gefunden bei Reddit. Der Redditor BSG015 hat angeblich zwei PlayStation 5 Slim Konsolen geliefert bekommen von Amazon. Und er hat sich gewundert, weil er hat beide nicht bestellt. Dann hat er sich an Amazon gewandt und dann sagt Amazon, ja, nee, also keine Ahnung, wir haben das eigentlich nicht geliefert oder ist irgendwie ein Fehler. Du darfst beide Konsolen behalten. Also schreibt er hier so, ob das wirklich so stimmt. Es gibt auch ein Foto. Keine Ahnung. Jetzt wird natürlich gemungelt, woran es liegen könnte. Ja, also entweder hat Amazon da wirklich irgendwas versemmelt oder aber es ist ein Betrug. Heißt, dass irgendjemand seine Kreditkarte genutzt hat, dann auf seinen Namen bestellt hat, aber halt eben zu seiner Adresse. Und dann kommen die zwei Tage später so von wegen, ey, hier ist Amazon. Du hattest ja zwei Konsolen bekommen, fälschlicherweise. Wir wollen die wieder abholen. Dann gibst du denen das und dann sind die weg. Ja, heißt, die haben dann, die wissen oder du weißt dann nicht die Adresse von denen. Die haben deine Zahlungsdaten halt irgendwo her. Keine Ahnung, was da passiert ist. Gibt's auch, ja. Also keine Ahnung. Interessante Sache auf jeden Fall. Ich würde auch gerne mal zwei PS5-Slim-Konsolen zugeschickt bekommen. Aber wie sagt man so schön, auf der Welt hier ist nichts kostenlos. Und wenn man dann auch noch zwei geschenkt bekommt, wäre ich sehr, sehr vorsichtig und würde auf jeden Fall mal alle meine Zahlungskreditkarten oder Zahlungsmethoden, die ich hinterlegt habe, mal prüfen. Dann kommen wir zum nächsten Highlight und zwar Stellar Blade. Das Game, was ja jetzt am 26.04. rauskommt, exklusiv für die PlayStation 5. Ich hatte davon bereits berichtet gehabt, dass es eben die Demo gibt für 25 Cent. Und ja, bereits die Demo geht durch die Decke. Das sind irgendwie 700.000 tägliche Gamer online, die das Spiel bereits zocken. Und ein Gamer hat irgendwie schon über 50 Stunden nur mit dieser Demo verbracht. Und da gibt es jetzt so einen kleinen, naja, Skandal will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, aber wir hatten ja drüber gesprochen, dass die Hauptdarstellerin ja sehr, sagen wir mal, hübsch aussieht. Und da gibt es jetzt wohl auch einen Extra-Skin, an dem die sehr, sehr wenig anhat. Und dafür ist die aber auch wesentlich empfindlicher, was Schaden angeht. Irgendwie ein Schaden und man ist direkt tot. Und nichtsdestotrotz, weil die eben da so nett ausschaut, zocken das jetzt viele mit diesem Skin. Und jetzt ist natürlich der Skandal da, dass man sagt, wie kann das sein? Das ist doch sexistisch und was weiß ich. Ja, sehr, sehr interessant. Die Entwickler stellen sich natürlich dagegen, also spannendes Game. Ist noch nicht mehr erschienen und schon streiten sich die Geister hier. Nichtsdestotrotz die Demo jetzt mal unabhängig von dem Skandal, von dem Mist da. Sehr, sehr geil. Und ich habe auf jeden Fall Bock auf den 26.04. Macht es euch gerne in den Kalender. Und dann kommt endlich Stellar Blade exklusiv für die PlayStation 5 raus. Als nächstes, ich weiß nicht, wer von euch hat alles Fallout 4 gezockt? Vielleicht noch auf der PlayStation 4. Ist ja schon ein paar Jahre alt, der Titel. Und jetzt endlich ist es soweit. War für letztes Jahr schon angekündigt. Doch jetzt soll zeitnah ein Update rauskommen, dass Fallout 4 auch für die nächste Generation auf Konsole, wollte ich schon sagen. Also Next Generation Konsole kompatibel ist. Heißt, ihr habt dann bei Fallout 4, wenn ihr denn eine PlayStation 5 habt, was die meisten wahrscheinlich auch mittlerweile haben werden, folgende Vorteile. Gilt natürlich nicht nur für die PlayStation, sondern auch für die Xbox und PC. Wir haben wieder Performance und Qualitätsmodus Einstellungen. Wobei ich da immer noch sage, ich warte ja auf die PlayStation 5 froh. Was ich immer wählen muss, zwischen Performance und Qualität nervt mich. Warum können wir denn nicht Performance und Qualität zusammen haben? Aber okay, gibt zumindest jetzt wieder die Auswahl. Dann haben wir im Performance Modus wieder die Frame Rate bis zu 60 FPS. Eine höhere Auflösung und Stabilitätsverbesserung und Fixes. Höhere Auflösung wird aber nicht genannt wie... Was für eine Auflösung? Sind es dann native 4Ks? Sind es die nicht? Ist es wieder Upscaling? I don't know. Fakt ist auf jeden Fall Fallout 4. Bekommt jetzt nochmal ein großes Upgrade. Also vielleicht auch für alle, die es noch nicht gezockt haben, eine gute Möglichkeit, wenn das Upgrade rausgekommen ist, dann zu zocken. Und so wie ich das jetzt auch verstanden habe, ist es einfach nur ein Update für das normale Fallout 4. Und man muss dafür nichts extra zahlen. Das finde ich ja mal ganz cool. Genau, nicht so wie mit The Last of Us und Remastered. Okay, da waren es nur 10 Euro, aber naja, anderes Thema. Genau, also der Fallout 4 auf jeden Fall eine Empfehlung meinerseits. Und da sind wir auch noch nicht durch. Da haben wir auch direkt eine Serienempfehlung. Und zwar bei Amazon Prime aktuell gibt es jetzt die Serie Fallout, also die Serie zum Game. Ja, und die Kritiken sind bis jetzt sehr gut. Ich habe mal in die erste Episode reingeschaut. Gefällt mir auch sehr gut. Auch für alle, die schon mal das Game gezockt haben. Vielleicht kurz zur Story, um was geht es da? Aber, also es passiert auf dem Videospielreihe Fallout und man ist halt in einer Welt nach der Apokalypse. Wie viel? 200 Jahre nach der Apokalypse. Genau, und dort muss man dann überleben. Also, in meinen Worten mal ausgedrückt. Ja, ich mag ja so Apokalypse-Serien und Games wie The Last of Us sehr, sehr gerne. Deswegen wundert es mich eigentlich, dass ich noch nie Fallout gezockt habe. Sehr merkwürdig. Ich glaube, es wird echt mal Zeit, dass ich Fallout zocke. Genau, deswegen das meine Spiele-Empfehlung und auch meine Serien-Empfehlung. Und ich mache euch den Link jetzt hier oben mit rein zur Serie, zu Amazon Prime. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ansonsten, Fallout kann man immer wieder mal zocken. Ansonsten habe ich für euch auch noch eine kleine Spiele-Empfehlung. Und zwar Sea of Thieves. Ich weiß nicht, wer von euch den Titel kennt. Kam 2018 exklusiv für die Xbox raus. Und erscheint jetzt am 30. April für die PlayStation 5. Hat ja dann nur sechs Jahre gedauert. Bis es auch für die PlayStation 5 kam. Aber immerhin war damals ein sehr, sehr großer Erfolg auf der Xbox. Auch der Trailer. Ich blende ihn euch ein. Schaut sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, wer von euch schon gezockt hat. Denn von Freitag bis heute, 11 Uhr, war es möglich, in einer geschlossenen Beta zu zocken. Das heißt, wenn ihr das Spiel schon im Store vorbestellt habt, konntet ihr auch die Beta-Version testen. Ist jetzt zum Zeitpunkt des Videos leider schon rum. Nichtsdestotrotz Sea of Thieves auf jeden Fall meine Empfehlung. Ich mache euch einen Link mit rein. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob vielleicht jemand von euch schon die Beta gezockt hat. Würde euch mal interessieren. Ich meine, wenn wir schon dabei sind, das Thema Exklusivität. Ja, ich meine, immerhin Xbox ist bereit, Exklusivtitel auf der PlayStation 5 freizugeben. Also für die Entwickler. Allerdings andersrum schaut es ja noch nicht danach aus. Ich meine, Sony geht immer mehr den Weg, dass wir jetzt auf dem PC, The Last of Us, Horizon Forbidden West und sowas zocken können. Aber The Last of Us auf der Xbox, boah, fühle ich irgendwie nicht. Aber warum nicht, ne? Ich meine, wenn Xbox, Microsoft das macht, warum sollte Sony das auch nicht machen? Könnt ihr auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich denke, also meiner Meinung nach kann man nach ein paar Jahren auf jeden Fall sagen, okay, komm, dann gib halt den Exklusivtitel frei. Gut, bei Xbox hat es jetzt dann sechs Jahre gedauert. Weiß ich nicht, aber nach drei Jahren, wenn es für den PC rauskommt, dann ist ja eigentlich der Schritt zur Xbox nicht mehr weit. Aber spannendes Thema auf jeden Fall und ich bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Apropos The Last of Us, da gibt es aktuell leider nicht so viele Infos oder nichts Neues. Wir warten immer noch auf den Release der zweiten Staffel. Wird aktuell produziert, schätzen wir Ende 2024, aber wahrscheinlich eher Anfang 2025. Bin hier sehr drauf gespannt. Auch vielleicht auf The Last of Us 3. Nichtsdestotrotz als Alternative. Wir hatten es ja gerade schon gehabt. Fallout ist gerade die Serie. Draußen kommt noch eine andere Serie, wahrscheinlich auch bei Amazon, denn da steht demnächst verfügbar. Gibt es schon seit letztem Jahr in den USA zu schauen, aber eben noch nicht offiziell über einen deutschen Streaming-Anbieter. Ja, vielleicht der eine oder andere hat es dann trotzdem schon angeschaut, und zwar um was für eine Serie geht es. Twisted Metal kommt jetzt zeitnah auf Amazon Prime. Ich gucke mal, ob ich den Link finde, dann kann ich euch den gerne mal mit reinmachen. Jo, um was geht es da auch? Post Apokalypse 20 oder vor 20 Jahren ist irgendwie ein Computersystem ausgefallen wegen einem Bug. Und dann ist völlige Anarchie ausgebrochen und nur noch in ein paar Städten in den USA, die mit dicken Mauern geschützt sind, gibt es noch normales Leben. Und ansonsten, ja, ist da halt völliges Chaos. Und was sagen wir hier? Es gibt sogenannte Milchmänner, die sich in aufgemotzten Karren, todesmütigen, gefährlichen Ödland der Divided States of America begeben. Finde ich, klingt cool, klingt spannend. Wäre auch noch eine Serie, die ich mir auf jeden Fall reinziehen will. Ich habe lange nicht mehr so viele Serien empfohlen, aber ihr wisst ja, die ganzen Apokalypse-Serien wie The Last of Us oder auch The Walking Dead finde ich halt einfach cool. Deswegen diese beiden Serien, einmal Fallout und aber Twisted Metal, auch meine Empfehlung. Yes, so, damit sind wir auch durch für unseren kleinen Playstation-News für diese Woche. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Wie gesagt, auch wenn ihr noch zu den Headsets Fragen habt, gerne auch hier oder in dem anderen Video. Ansonsten gucke ich mal, was ich für neue Content-Ideen bringe. Auch da könnt ihr immer in die Kommentare schreiben. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, gute Start in die neue Woche und wie immer viel Spaß beim Zocken. Ciao. Ciao.